Ein neuer Bini. Hey, cool. So, Türchen 22. Oh, lol. Ich wusste gar nicht, dass es das bei Rossmann gibt. Skier Mixed Berries. Protein Bar von All Stars. So, Türchen 23. Feuchtigkeit, Pflegeformel ohne Silikon, Kokoswasser. Ich mag nie so gern Kokoswasser. Innerell Kokos. Ist aber für trocken, ist ein strapaziertes Haar. Weil Kokos Geschmackgeruch ist überhaupt nicht meins. Naja, auf jeden Fall werde ich heute meine Haare schneiden. Ich weiß nicht, ich glaube, ich wasche sie erst und schneide sie dann. So, ich mache jetzt meine Haare. Und zwar wollte ich die schneiden nach dem Butterfly Look. Also, ja, muss ich mal gucken. So müssen die Haare durchgebürstet werden. Meine Haare sind jetzt gebürstet. Das Ding ist halt so, ich mache es jetzt mit nassen Haaren. Weil ich habe das auf TikTok gesehen und da hat die das ohne, also mit trockenen Haaren gemacht. Aber die Frisüre machen das ja auch immer mit nassen Haaren. Deswegen habe ich mir gedacht, mache ich das jetzt auch. Als erstes muss man seine Haare hinter den Ohren so abtrennen. Okay, ich dachte meine Haare wären länger. Aber sind sie anscheinend nicht. So, jetzt muss man hier oben einen Zopf anpacken. Also so einen Ariana Grande Zopf. Das sieht jetzt ein bisschen ulkig aus. Ich weiß. Aber wir sollen jetzt hiervon so einen Teil abschneiden. Eigentlich sollen wir hiervon einen größeren Teil abschneiden. Aber ich denke mir halt nur so, da ist nicht viel. Hier ist irgendwie viel, viel mehr. Aber ich gucke mal gerade. Okay. Das Ding ist halt so, der ist noch nicht mal so lang wie hier vorne. Hätte ich den noch weiter nach vorne ziehen müssen? Ist immer noch genauso lang. So viel. Na, vielleicht so viel. So, ich glaube das war jetzt genauso viel wie bei dem hier. Und jetzt mache ich es auf. Also bis jetzt sieht es normal aus. Wir föhnen das Ganze und dann gucken wir mal. So, also meine Haare sind fast trocken. Aber außer den Cut und den Cut. Hm. Hat sich nicht viel verändert irgendwie. Also. Keine Ahnung was das jetzt. Ich glaube ist das der Butterfly Look. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, wie gesagt sehen das meine Haare so aus. Irgendwie hätte ich ein bisschen mehr Veränderung gerne. Aber ich traue mich nicht. Hi. Wir wissen ja noch was letztes Mal passiert ist. So, dass wir jetzt noch mal sehen müssen. So, wie ist es? So, wie ist es? So, wie ist das? So, wie ist das? So, wie ist das? So, wie ist das? ich bin gerade am haare färben wie man vielleicht unschwer erkennen kann ich habe mir auch schon die haare ein bisschen abgeschnitten mal wieder und ja jetzt habe ich sie mir gerade ihr könnt ihr wahrscheinlich erraten etwas für eine farbe also halt so weiß blond platin das steht irgendwie da stand drauf ultra titanium blond aber heute ist wie gesagt der 24 ich bin immer gern für überraschenden da und wir machen noch mein letztes türchen auf oh ja geil das sind diese es n flavor drops strawberry cheesecake haben wir zwar schon aber kann man immer gebrochen aber die gibt es doch nicht bei rossmann so meine haare sind jetzt fertig sind heller geworden definitiv also nicht so hell wie ich dachte ich dachte die wären so richtig weiß aber irgendwie ja aber es sieht sehr natürlich aus ich habe schluck auf und wie gesagt kürzer sind sie auch ja aber mir gefällt für die auf jeden fall ist der ist der färbsi der ist der färbsi bist du die färbsi schnuppi eine schnuppe wackel bist du er hat gerade seine nasen zahntuch gestopft und ist hängen geblieben und du armes ding ich schon ein zweites weihnachten was du mitgemacht hast ne dein zweites weihnachten ich habe jetzt schon bescherung ja erst gibt es gibt es essen bella 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 ist es ja essen ja aber erst essen dann wie man das frauchen immerhin muss man auch schon immer nach du hast es da liegen wo ist meine frauen die packt schon voller rein auf das klären wir jetzt zu du willst du hin waren ihre ecke damit man bloß sich ja ja damit man muss sich pech gehabt ich komme hierhin guck hier ihr fein ein beautykorb kann man sagen ist doch nicht alles für beauty drin ja deswegen sage ich ja nicht alles beauty weil da sind auch noch zum beispiel milka dinger drin ich dachte halt so auch ja schwarz sieht ganz schick aus ist bestimmt was für mama hast du nicht auch so eine ich habe eine andere deswegen habe ich gedacht auch ich nehme die die sieht ganz gut deswegen habe ich gesehen auf tik tok und war so acht du liebst das alien parfüm dann nehme ich immer die mit euch beide ist okay cool das hat am meisten arbeit gekostet du hast sogar was zum geschenk beigetragen bilderrahmen mit einer lokomotive und leuchtenden stein leuchtenden stein ja da leuchten so die weißen leuchten die das sollen ja sterne sein die leuchten sogar im dunkeln noch mal aus ne muss halt vorher noch ganz schön du musst ja vorher aufladen also muss dann länger aufladen also kannst du die pappe wieder jetzt abmachen weil ich habe das zum transport extra dumm gelassen ich habe es wieder herangeklebt weil wichtig ist ja nämlich ein bilderrahmen schon so ein paar wochen ne ich habe das glaube ich ende november geholt und sofort angefangen bin so mitte dezember ungefähr fertig geworden jetzt den habt ihr geholt das ist dieser 30x40 bilderrahmen da war ich so ach mensch ja dankeschön hast du was zu deinem geschenk beigetragen passt ja und wie gefällt dir die karte mami sehr schön sehr hast auch gezeichnet ja ein fauli ich will auch mit auspacken ich kann dir die schleife geben was ist es für dir gehts nicht ich will mich helfen da muss irgendwas zu essen zu drin sein nein hmm achi da können englisch amazon dass küschen egal ich sehe schon Hier! He he! He he! Steher! Steher! Ganz viele Steher! Eine Metze! Ich hoffe sie gefällt dir! Ja! Ein neuer Blieben! Hey cool! Perfekt! Bella! Hier ist noch ein Kissen! Willst du das haben? Willst du das haben? Willst du das wirklich haben? Fabi, knabber nicht mein Handy an! Dankeschön! Das sieht so aus, wenn das wie Chips oder so sind, ne? Schmeckt das so gut? Fabi! Nicht mein Handy an knabbern! Dankeschön! Hallo! 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 Ich habe mir gerade meine Nägel mal wieder machen lassen! Und die sind so schön geworden! Oh mein Gott! Dieses Glitzer! Love it! Und ja! Jetzt habe ich eigentlich mal wieder schicke Nägel! Und ich habe sie halt nicht so lange gemacht wie letztes Mal! Und ich habe sie mal rund gemacht! Weil vorher hatte ich ja mal so breitere! Also Ballerina! Oder ist das Ballerina? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht! Ich kenne mich ja nicht so gut aus! Aber ja! Ich habe mir die machen lassen! Und ich finde die mega mega schön! Yay! Hey! Thomas Sparbein! Die 22 Fabian Unprobs! Mit der 23 Tobias Schmitz! Die 24 Linus Ahmesson! Die 33... Jetzt ist Klimasduuuuruu! Sind wir alle richtig laut! Bevor wir unsere Gemeinschaft begüten, machen wir, aber wie immer, das Licht aus. Nimm den Jesus. Blessed und Sie erholen unsere Betrachtung in der Ausbildung. Wir sind hier von der Allomassen-Zollbahn. Wir besitzen zu uns unser Kapitän mit der Neuzehnte, Jürgen Juhl, um ein Zentrum, Jürgen Jürgen Jürgen. Bibi, willst du den Slingshot sehen? Ja. Pass auf. Rauskicken lassen. Hopp! Du kannst doch einen Purple-Boost vor dem Fehlschuhl. Du kannst doch einen Film hochgeschöpchen. Du kannst doch einen Film hochgeschöpchen. Denken Sie den Film hochgeschöpchen. Dzwungen in der Nähe von vor allem. Kloppgeschöpchen. Du kannst doch einen Film hochgeschöpchen. Deine Evenzeiğnen, ich von der Hey throwing gut, für die Einzelmeberge, der eine Einzelmeberge. Das war's. Das war's. Das war's.